Wow, Quentin, schau dir diesen Automaten mit Leckereien an. Da sind so viele leckere Sachen drin. Was würdest du gerne essen? Ich würde alles aufessen, aber am liebsten hätte ich diesen blauen KitKat. Na dann lass uns ihn doch nehmen, Bro. Wieso kommt der Schokoriegel nicht raus? Na komm schon. Ich bin fast dran. Hier fehlt noch ein bisschen. Was ist hier los? Herzlich willkommen bei der neuen blauen Essens-Challenge. Ich bin mir sicher, da wird was Leckeres drin sein. Boah, tatsächlich, du hattest recht. Das ist ja Karamellbrause mit Frommbeer-Geschmack. Lass mal probieren. Oh, was für ein schönes Feuerwerk rundherum. Voll cool. Wow, das sieht fantastisch aus. Ist das nicht gefährlich, wenn da so viel auf einmal ist? Aber wieso denn? Ich will richtig explodieren dabei. Wow, schau dir dieses Feuerwerk an. Voll cool, Sam. Sam, ist alles in Ordnung? Ja, alles gut. Das freut mich. Na dann, schauen wir mal, was ich habe. Oh wow, das sind ja Regenschirme. Oder um genauer zu sein. Hm, das sind Lutscher. Schmeckt lecker. Oh, ganz schön erfrischend. Ich kriege einfach nicht genug davon. Lass uns weitermachen. Ham. Oh, wie lecker. Oh, ganz schön kalt. Kalt, aber lecker. Noch das letzte. Ich glaube, das ist Eis und kein Lutscher. Sam, mir ist kalt. Oh, du bist ja richtig eingefroren. Ich muss mir was überlegen. Hm, ich hab's. Einen Moment, ich muss das Eis rausziehen. Und dir jetzt Brause in den Mund kippen. Einen Moment, das wird nicht lange dauern. Wir starten nur schnell eine Explosion von innen. Und das wird dich aufwärmen. Fertig. Na los, mach schon. Hä? Ah, du bist nicht mehr eingefroren. Das ist gut. Ich glaube, eine ganze Packung war zu viel. Oh, wow. Ich glaube, ich muss in Deckung gehen. Unglaublich. Was für ein Feuerwerk. Ist das vorbei? Hallo, Kumpel. Alles ist gut. Na, lass mal gemeinsam öffnen. Auf eins, zwei, drei. Oh, wow. Ich hab so eine Art kühle Süßigkeitenpistole. Voll toll. Hände hoch. Au. Das hat wehgetan. Oh, wow. Schau mal. Du hast ja wirklich mit Bonbons geschossen. Jep. Und das Bonbon gehört mir. Hm, lass mal probieren. Hm, schmeckt richtig lecker. Ich will gleich mehr davon. Ich schieß mal kurz mir in den Mund. Ha, da sind meine Bonbons. Voll lecker. Was sagst du zu meiner blauen Zunge? Voll interessant. Was hab ich denn hier für ein Pulver? Schauen wir mal. Hm, interessant, interessant. Riechen wir mal. Äh, hübsch. Hä, ist das etwa Niespulver oder so? Äh, ich hab noch ein bisschen was auf den Lippen übrig. Voll lecker. Ey, ich probier gleich mehr davon. Wendel. Weißt du was? Das ist Kaugummi. Den kann ich kauen. Mh, mit Brombeergeschmack. Jetzt kann ich eine große Kaugummi-Blase machen. Lass mal weitermachen. Ja, zweiter Versuch. Wow, es hat wirklich funktioniert. Ja, ich hab ne geniale Idee. Ich schieß die Blase ab. Und dann wird Sam voller Kaugummi sein. Yeah, ich hab's geschafft. Gründin, was hast du angerichtet? Jetzt bin ich voller Kaugummi. Yeah, das hat voll viel Spaß gemacht. Ich lass dich nie wieder an meine Konsole spielen. Ah, lass mal tauschen. Jetzt können wir nachschauen. Äh, ich hab was Seltsames bekommen. Sowas hab ich noch nie gesehen. Ich hab auch keine Ahnung, was das ist. Na gut, probieren wir es mal. Sieht interessant aus. Oh wow, da ist so ne Art Flüssigkeit drin. Probieren wir mal. Wie sauer ist das denn? Haha, deine Augen sehen voll lustig dabei aus. Was hast du denn für ein Gesicht gezogen? Sam? Hier kommt ein Flugzeug geflogen. Na los, mach den Mund auf. Gib mir deine Zunge. Gleich kriegst du was Saures ab. Das war voll lustig. Äh, was hast du angerichtet? Ich kann das echt nicht aushalten. Uh, jetzt geht's mir besser. Quentin, schau mal, was du hast. Aber gerne doch. Mh, so ne Art Sirup. Probieren wir mal. Mh, riecht ganz schön cool. Mh, wie lecker. Oh ja, da hab ich aber Glück gehabt. Da schmiere ich mir alles auf die Zunge. Quentin hat mal wieder viel mehr Glück gehabt. Aber ich hab eine Idee. Ich nehm mir diese Tube und bereite einen Prank vor. Hä, diese Tube hab ich ausgedrückt. Und jetzt, hä, wo ist die zweite Tube hin? Aha. Da ist ja ne Spur. Alles klar. Ich werd einfach alles mit der Zunge aufsammeln. Oh, was für ne lange Spur. Aua. Mein Kopf. Ein Klo. Vielen Dank, Quentin, dass du den Toilettenboden mit deiner Zunge gewischt hast. Na los, wink in die Kamera. Die Abonnenten lieben dich. Du hast schon eine Million Views. Wow. Sam, du sollst erster sein. Und? Hä, was ist das denn für ein Ding? Halt mal kurz. Mh, sieht interessant aus. Muss ich draufdrücken? Aua. Das ging direkt in die Augen. Das hat wehgetan. Okay, probieren wir mal. Mh, der schmeckt ja mega lecker. Und ganz schön sauer. Was soll das denn? Wieso krieg ich nur saures Zeug? Hör auf zu lachen, Quentin. Mach weiter. Mal sehen. Hä? Ist das eine Chili-Schote? Nein, das will ich nicht. Nee, nee, nee. Das musst du aufessen. Na los, komm schon. Ich mach nur einen kleinen Biss. Oh, nee, 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 nee. Das wird ganz schön scharf. Das war einfach nur Dampf. Aber ich kann's spüren. Na los, mach weiter. Nimmst du den Mund? Hör auf, dich zu wehren. Mach den Mund auf. Okay, wie du meinst. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Mein Mund brennt bereits. Sam, hilf mir bitte. Ja, 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 einen Moment. Ah, ich benutze einfach mein Sauer-Stray. Na, haben wir das Feuer gelöscht? Ja, jetzt geht's mir besser. Aber das ist mega sauer. Ich krieg einen Krampf. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss. Dann, tschüssi, tschüssi, tschüssi.